Ja, hallo, ich begrüße euch zur heutigen Vorlesung in Robotik 2 und wir werden uns heute mit dem Thema aktive Wahrnehmung oder auf Englisch Active Perception beschäftigen. Was bedeutet das? Das ist auf gar keinen Fall damit zu verwechseln, dass wir aktive Sensoren benutzen, um die Szene wahrzunehmen. Ja, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, wie man Aktionen eines Roboters einsetzt, um die Wahrnehmung, also um die Perception zu verbessern. Und wir können uns das ganz gut vorstellen, wir Menschen, wir bewegen unsere Augen, wir bewegen unser Körper, um zum Beispiel ein Objekt, was ja ein bisschen so verdeckt ist von der Seite, besser zu sehen. Wir drehen den Kopf zur richtigen Seite, damit wir besser hören. Wir nutzen unser Handy, um Objekte zu ertasten und bei all diesen Aktivitäten setzen wir unsere Aktionen, um mehr über die Welt oder über Objekte, die uns interessieren, zu verstehen. Und das ist, was man Active Perception nennt. Wir werden auch gleich sehen, es wird auch der Begriff Interactive Perception, weil um diese physische Interaktion mit der Welt im Falle von der haptischen Exploration oder um diese Bewegungen eines Kopfes oder des gesamten Roboters mal Ausdruck zu geben. Das heißt, hier kommt die Aktion oder hier ist die Aktion ganz besonders. Und lasst mich mal kurz euch anhand von diesen Videos die Rolle von Aktionen, etwas zur Rolle von Aktionen erzählen. Wir sehen hier ein paar Animationen. Wir sehen eine Person hier, die irgendetwas mit den Händen macht und wir sehen eine Hand, die ein kugelförmiges Objekt manipuliert. Fangen wir mal mit der Hand an und wir haben zwei Perspektiven hier. Einmal in dem einen Video hier sehen wir die Hand selber, also praktisch die Konfiguration der Hand während der Manipulation von dem Objekt. Letztendlich, ja, der Gelenkwinkelvektor. Und einmal sehen wir hier in diesem Video das Objekt. Also wir sehen die Hand nicht, sondern wie die Hand mit dem Objekt interagiert und zwar anhand von visuellen Features, die das Erscheinungsbild vom Objekt verändern. Und in beiden Fällen können wir eigentlich sagen, oh, da ist ein Mensch, der greift ein kugelförmiges Objekt und dreht es um. In den oberen Beispielen, wir sehen die Objekte überhaupt nicht. Wir sehen überhaupt nicht, was diese Person in der Hand hat, aber wir sehen die Aktion, die diese Person ausführt. Zum Beispiel hier sehen wir, ein Eier dreht irgendetwas, dann hebt es hoch Richtung Kopf. Das kann sein, zum Beispiel eine Flasche aufmachen und dann daraus trinken. Das kann sein, eine Zigarette drehen und dann rauchen und so weiter und so fort. Hier, in dem Video hier, sehen wir, dass die Person irgendwas aufmacht und trinkt. Das kann natürlich so eine Mütze nehmen und auf den Kopf stellen. Das heißt, ohne, also jeder Versuch, den wir hier unternehmen, um festzustellen, was diese Person in der Hand hat, wird scheitern, weil wir haben überhaupt keine Information über die Objekte. Beziehungsweise die Unsicherheit über die Natur des Objekts, das manipuliert wird von dieser Person, ist sehr groß. Aber wenn wir die Aktionen natürlich hier involvieren, wenn wir gucken und wir sehen, was für Aktionen hier ausgeführt werden, dann können wir schon auf mögliche Objekte zurückschließen. Das kann eine Flasche sein, das kann eine Mütze sein und so weiter oder eine Tasse, die nur die Person nimmt und daraus hier trinkt. Und das ist ein hochspannendes Thema auf dem Gebiet der kognitiven Systeme. Und Forschung bei Menschen, also in der Psychologie, hat gezeigt, dass die Wahrnehmung, also Perzeption und Aktionen sind tightly coupled und intertwined. Das heißt, die sind nicht separierbar voneinander. Sogar sind sie äquivalent, gehen bestimmte Behauptungen auch hin. Das heißt, Perzeption und Aktionen kann man nicht trennen, die sind immer miteinander verbunden und die profitieren beide voneinander. Und das ist eine These, die wir auch in einem europäischen Projekt, was wir koordiniert haben, das BACO-Plus-Projekt, untersucht und verfolgt haben, wo wir das Konzept von Object-Action-Komplexes, um tatsächlich diese Relationen zwischen Objekten und Aktionen, beziehungsweise zwischen Perzeption und Aktionen hier zu formalisieren und im Kontext der Robotik anzuwenden. Und die Hypothesis ist, dass Aktionen Objekte definieren. Ja, wir haben gesehen, die Person, die eine Flasche aufmacht und trinkt, beziehungsweise nur die Tasse nimmt und trinkt, und anhand von der Aktionen könnten wir auf mögliche Objekte zurückschließen. Aber auf der anderen Seite, Objekte schlagen Aktionen vor. Ein Messer schlägt zum Beispiel die Aktion schneiden, aber nicht werfen. Ein Ball schlägt die Aktion werfen, aber nicht schneiden. Ein Stuhl schlägt die Aktion sitzen oder schieben. Und man sieht hier dieses Konzept, auch bekannt als Affordanzen, also wo Objekte nicht nur anhand von Erscheinungsbilden, sondern anhand von deren Funktionalität, beziehungsweise anhand von den Aktionen, die ein Agent darauf ausführen kann, definiert werden. So, was hat das mit unserer Vorlesung zu tun? Das hat viel mit unserer Vorlesung zu tun, weil aktive Wahrnehmung, wie ich bereits erwähnt habe, bedeutet, den Einsatz von Aktionen, um die Perzeption zu verbessern. Und das ist, was wir hier in diesem Kapitel behandeln werden. Also aktive Wahrnehmung, aktive Perzeption. Wir werden schauen hier, wie ich angehend hier motiviert habe, wie Aktionen die visuelle Perzeption verbessern, zum Beispiel die Segmentierung von Objekten in komplexen Szenen. Wie Aktionen das Ertasten von Objekten, also die aktive Wahrnehmung oder die aktive Exploration von Objekten ermöglichen. Und wenn man darüber nachdenkt, haptische Exploration von Objekten kann ja eigentlich nur aktiv sein. Also wir können keine Objekte explorieren, ohne dass wir Aktionen ausführen. Und ganz am Ende, ganz kurz, natürlich das Thema Active Hearing, wie ich bereits erwähnt habe, dass wir Menschen zum Beispiel auch die Hand nehmen und hinter dem Ohr tun, damit wir besser hören. Das Gleiche gilt natürlich für einen Roboter, der die Sprachverarbeitung bzw. die natürlichsprachliche Interaktion mit einem Menschen verbessern möchte. So, und es gibt hier natürlich eine ganze Menge von Definitionen. Das Ganze kommt aus der Ecke der Bildverarbeitung. Und man sieht hier 1988, Regina Beji hat über Active Sensing, und nochmal hier die Betonung, das sollte man nicht verwechseln mit aktiven Sensoren jetzt, die die Energie imitieren, um zum Beispiel Abstand zu einem Objekt zu messen, wie wir in der Robotik 3 Vorlesung beispielsweise kennengelernt haben. Active Sensing hat Regina Beji definiert als das Problem der intelligenten Steuerung eines Apparates, eines Sensors, eines Sensorsystems, was man für die Akquisition von Daten benötigt, um natürlich mehr über die Szene zu verstehen. Zum Beispiel, um bestimmte Objekte in der Szene zu erkennen. Und diese Kontrollstrategien bzw. der Prozess für die Datenakquisition hängt sehr stark ab von dem aktuellen Zustand der Interpretation der Daten. Der zweite Mitspieler hier, und man sieht hier, dass im gleichen Jahr Janis Alonamos hat auch zum Thema Active Vision das so formuliert, dass ein Observer, also ein Beobachter, nennt man aktiv, wenn dieser Agent oder dieser Observer in Aktivitäten involviert ist, beziehungsweise bestimmte Aktionen ausführt oder Maßnahmen ausführt, um geometrische Parameter von einem sensorischen Apparat zu verändern. Das könnte natürlich bei einer Kamera oder bei einem Roboterkopf natürlich das Bewegen von dem Kopf, die Augenbewegung von dem Kopf, aber das könnte natürlich das Zoom und Fokus von der Kamera selber. Das heißt, wir müssen hier auch Aktionen ausführen, damit wir mehr über Objekte oder über die Welt verstehen. Und natürlich Zweck von diesen Aktivitäten oder von diesen Aktionen ist, die Randbedienungen zu manipulieren und zu verändern, um die Qualität der perzeptiven Aufgaben hier zu verbessern. Der Dritte, der sich hier mit dem Thema beschäftigt, Zotos, hat sich auch zusammengetan mit Regina Bejci und Janis Alonamos. Und alle drei haben ein Paper in 2017 veröffentlicht, das heißt Revisiting Active Perception. Das sind die drei Leute, die Gurus, sage ich mal so, die das Gebiet aktive Wahrnehmung, Active Perception, Active Vision geprägt haben in der Literatur. Und dort in diesem aktuellen Papier beschreiben sie einen aktiven Persever, also aktiver Beobachter oder Empfänger. Das ist dann ein Agent, der weiß, warum er eigentlich etwas wahrnehmen will. Und dann kann er automatisch auswählen, was er wahrnehmen will und kann bestimmen, wie und wann und wohin eigentlich geschaut werden soll, wenn man jetzt über das Active Vision redet. Also wie und wann und woher geschaut werden, um diese Perzeption oder um die Perzeption zu verbessern. Und sie haben dort fünf zentrale Fragen der aktiven Perzeption definiert. Das heißt, ein aktives Agent oder ein aktiver Agent, ein Agent, der Strategien der aktiven Perzeption einsetzt, um sein Wissen über die Welt zu verbessern, muss er auf jeden Fall immer die Frage, why, also warum eigentlich. Und dann mindestens eine von den weiteren vier Fragen, wie, wann, was und wo. Und man sieht hier anhand von dem Diagramm, also das heißt hier, auf jeden Fall ist dieses why und dieses why ist immer verbunden mit den Erwartungen, die ein Roboter oder ein Agent hat durch die Ausführung von einer bestimmten Aktion. Das heißt, der aktuelle Zustand zunächst mal von einem Roboter bestimmt, was ist die nächste Aktion, die ausgeführt werden soll, basierend auf bestimmten Erwartungen. Und diese Erwartungen sind natürlich immer verbunden mit Informationsgewinn oder Informationsmaximierung. Und das ist, wo man natürlich so Methoden der induktiven Generalisierung, Bayesian Inference, Analogical Reasoning, Prädiktion und so weiter und so fort einsetzt. Das heißt, der Roboter basierend auf diesen Erwartungen der Aktion, also muss man eine Prädiktion machen, also wozu oder inwieweit würde jetzt die nächste Aktion mein Verständnis von der Welt verbessern. Wenn man darüber nachdenkt, jetzt hier Next Best View, also der nächste Blickwinkel, was ein Roboter annehmen soll, dann ist die Erwartung hier, dass die nächste Blickrichtung zu einer Maximierung der Information über die Objekte, für die man sich gerade interessiert. Das Wort, wie man sieht hier, drückt aus, dass diese Erwartungen nur zu einem bestimmten Teil, also einer Untermenge der aktuellen Welt, also der Welt betrifft, also zum Beispiel die aktuelle visuelle Sicht, beziehungsweise das sektile Feld, wo man gerade exploriert. Das Hau bestimmt tatsächlich, wie jetzt diese Menge von Aktionen ausgeführt werden soll. Also wie soll zum Beispiel der Kopf ausgerichtet werden. Das ist zunächst mal die mechanische Ausrichtung von den Sensoren, um das sensorische Feld beispielsweise anzupassen. Beziehungsweise die sogenannten Sensor-Alignment, also das schließt auch Komponenten, also interne Komponenten der Sensoren, wie zum Beispiel Fokus oder Bremweite und Lichtverhältnisse und so weiter und so fort. Und natürlich bei einem Roboter hofft man oder will man eigentlich einen Roboter haben, der nur sinnvolle Sachen zum richtigen Zeitpunkt macht. Das heißt, die zeitliche Komponente spielt hier eine zentrale Rolle. Das heißt, zeitlich muss so ein Roboter oder ein Agent bestimmen, wann überhaupt jetzt der nächste Blick oder die nächste Aktion ausgeführt werden soll, um das Ziel, also Maximierung der Information über die Welt zu erreichen. So, und wer ganz klar, das heißt, wohin soll ich gucken, beziehungsweise wohin soll ich oder welche Aktion soll ich mit meiner Hand bei der haptischen Exploration ausführen. Das heißt hier, wie kann ein Roboter den Blickwinkel für die visuelle Exploration der Szene bestimmen, beziehungsweise wie kann ein Roboter oder wo soll der Roboter jetzt als nächstes mit der Hand Objekte in der Szene oder Bereiche in der Szene berühren, damit hier mehr Informationen über diese Objekte generiert werden kann. So, nicht nur in der Robotik und Computer Vision Community ist das Thema sehr spannend und sehr relevant, sondern auch in der Psychologie und in den Neurowissenschaften. Dann sehen wir hier eine bekannte, berühmte Arbeit von Gibson, der dieses Konzept von Affordanzen von Objekten vorgeschlagen hat. Das heißt, dass Objekte anhand von deren Aktionen, nicht nur anhand von Erscheinungsbild und Form und Farbe und so weiter und so fort definiert sind, wie wir das bis jetzt so in der Robotik kennengelernt haben für das Greifen oder auch in der Bildverarbeitung für Erkennung oder für Beschreibung von Objekten, sondern Objekte sind definiert laut des Erforderungskonzepts durch die Aktionen oder die Interaktionsmöglichkeiten eines Roboters oder eines Agenten mit diesen Objekten. Und da sieht man hier ein Experiment oder einen Versuch, das sind hier seltsame Objekte, wie man sieht. Also das sind komisch geformte Objekte, also so, man könnte sagen, für Menschen unbekannte Objekte. Für uns Menschen gibt es kaum unbekannte Objekte. Wir kennen jedes Objekt und deshalb, wenn man zum Beispiel untersuchen will, wie Menschen unbekannte Objekte greifen und natürlich mit der Hoffnung, dass man hier dieses Wissen auf Roboter überträgt, dann fehlt es einem extrem schwer, zumindest ist es uns extrem schwer gefallen, in dem Greifprojekt für Menschen unbekannte Objekte zu finden. Aber eine Möglichkeit, diese unbekannten Objekte für Menschen zu definieren, dass man so künstliche, seltsame Objekte nimmt, die man nicht so oft sieht. Und da sieht man hier ein paar Beispiele davon. Und in diesem Experiment sollten Probanden ein Referenzobjekt in dieser Menge von Objekten finden. Und da sieht man hier die Ergebnisse für die Erkennung, beziehungsweise für das Finden von diesem Referenzobjekt. Wenn man nur ein einziges Bild von dem Objekt, dem Probanden, zeigt, dann sieht man, dass man mit einer Erkennungsrate um ungefähr 50 Prozent die Probanden in der Lage waren, das Objekt wieder zu finden oder zu erkennen. Das ist die klassische Bildverarbeitung oder Computer Vision. Das heißt, du kriegst ein View, eine Ansicht, ein Einzelbild von dem Objekt und sollst so sagen, okay, das ist das Objekt Nummer sieben hier, weil die Objekte hier sind nicht Tassen und Flaschen und Ähnliches. Wenn man das Objekt rotiert, ja, dann sieht man, rotiert bedeutet, das heißt, man hat ja mehrere Ansichten auf dem Objekt. Man könnte sich vorstellen, für einen Roboter, das heißt, mehrere Ansichten, statt das Objekt zu rotieren, Objekt auf dem Tisch, der Roboter guckt aus unterschiedlichen Ansichten und da sieht man hier, dass die Erkennungsrate auf 72 Prozent durch das Rotieren, beziehungsweise durch die Generierung von mehreren Ansichten steigt. Wenn man jetzt die Objekte in die Hand nimmt, das heißt natürlich diese Ansicht, die man hat und dann dieses haptische Ertasten, beziehungsweise die Information, die man aus der Propräzeption bekommt, durch das Anfassen des Objekts in der Hand, da sieht man hier, dass die Probanden in der Lage waren, die Objekte mit 99 Prozent Genauigkeit wieder zu erkennen. Das heißt, die Probanden sind fast perfekt, ja, und man sieht hier, dass diese Wahrnehmung des Menschen funktioniert am besten, wenn man visuelle Information und haptische Information kombiniert. Und zwar visuelle Information, nicht nur einzelne Ansichten, sondern eventuell auch mehrere Ansichten und das ist, womit wir uns hier in der Vorlesung beschäftigen wollen. Wir wollen ja sehen, wie wir durch Aktionen durch Aktionen die Perzeption verbessern. Und ganz besonders, und man fragt sich vielleicht hier, warum gerade hier dieses Kapitel jetzt nach dem Kapitel Greifen kommt, weil wir eigentlich diese aktive Perzeption in erster Linie für das Greifen verwenden wollen, um mehr oder besser über Objekte, die wir greifen wollen, mehr Informationen zu akquirieren und diese unbekannten Objekte in einer Szene greifen zu können. Wenn man das Ganze hier nebeneinander legt, also die klassischen Computer Vision Methoden, die Methoden des Active Visions und Methoden der aktiven Wahrnehmung, das heißt nicht nur Vision, sondern Haptik und Audio, dann sieht man hier, dass wir natürlich in beiden, in allen drei Fällen hier Image, also die Methoden der Bildverarbeitung, also Image Processing, also dass wir Bilder aufnehmen, irgendwelche Filteroperationen und ähnliches, Feature Detektion und so weiter und so fort machen müssen, in allen drei Bereichen, in der klassischen Bildverarbeitung, beim Active Vision oder in der aktiven Wahrnehmung. Bei der aktiven Wahrnehmung nehmen wir auch Bilder von haptischen Sensoren, das sind ja haptische Bilder letztendlich. Die Selektion von einer Blickrichtung, das ist natürlich eine Sache, die in der klassischen Bildverarbeitung nicht existiert, weil da habe ich ja nur statische Kameras, aber natürlich beim Active Vision, ich muss ja gucken, wie soll ich eigentlich jetzt auf die Szene gucken oder auf das Object of Interest schauen, damit ich den Informationsgehalt über dieses Objekt maximiere. Das Gleiche auch bei der aktiven Perzeption, also nicht nur in der Vision, sondern auch wenn es um Haptik geht oder es um Audio, akustische Perzeption geht, wie soll ich mich jetzt drehen, beziehungsweise wo soll ich jetzt meinen Finger oder meine Hand als nächstes tun, damit ich die Information maximiere. Natürlich bei Active Vision verwendet wir nur eine einzige Modalität, das sind Bilder, aber bei der aktiven Perzeption, das sind multimodale sensorische Informationen, das können Bilder, Kontaktinformationen, Druckinformationen, also alles, was von der Haptik kommt bis hin zur akustischen Informationen. Der nächste Punkt hier, die Änderung von dem Zustand eines Roboters oder eines Agenten hier allgemein betrachtet. Natürlich bei der klassischen Bildverarbeitung, da ist die Kamera fest, der Roboter steht da oder die Kamera ist sogar fest im Raum, aber natürlich beim Active Vision ändert sich der Zustand des Roboters, weil der Roboter beispielsweise seinen Kopf oder seine Augen in eine andere Richtung dreht, weil der Roboter seine Position verändert, um die nächste beste Blickrichtung anzunehmen. Und das Gleiche natürlich bei der aktiven Perzeption, also Active Vision ist jetzt eine Untermenge von Active Perception. Active Perception bedeutet nicht nur visuelle, sondern haptische und akustische Sensorinformationen werden auch berücksichtigt. Das Gleiche, also hier eine Änderung des Zustands des Agenten in der aktiven Perzeption, weil man vielleicht nicht nur den Roboter und Kopf bewegt, sondern im Falle, also bei der visuellen und akustischen Wahrnehmung, sondern auch die Hand von dem Roboter in anderen Konfigurationen mal bewegen muss, damit man die Objekte explorieren kann. Und Änderungen in der Szene, ja, also das heißt, wo tritt eine Änderung in der Welt auf, aufgrund des Einsatzes von diesen Methoden, klar in der klassischen Bildverarbeitung, da tritt überhaupt keine Änderung in der Szene auf, beim Active Vision auch nicht, wir ändern nur die Position vom Kopf oder vom Roboter, aber natürlich durch die aktive Perzeption oder die aktive Wahrnehmung ändern wir den Zustand der Umwelt, ja. Wir können beispielsweise durch Aktionen Objekte schieben in der Szene, damit wir sie besser segmentieren. Wir können durch die haptische Exploration natürlich auch Objekte verschieben, damit wir sie auch besser explorieren können. Das heißt, man sieht hier, dass bei der aktiven Perzeption sowohl eine Änderung des Zustands des Welts als auch des Agenten selber, des Roboter selber erfolgt. Ein aktuelles Paper, was wiederum versucht, alle diese Paradigmen oder Ideen zur aktiven Wahrnehmung oder interaktiven Wahrnehmung ist auch 2017 hier erschienen. Und da steht natürlich im Fokus diese kraftvolle Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, wie ein Agent durch tatsächlich physikalische oder physische Interaktion mit der Umgebung besser über die Welt, mehr über die Welt versteht. Zum Beispiel über die Konsequenzen von Aktionen, zum Beispiel über Änderungen, also Konsequenzen von Aktionen heißt, wie sich die Welt verändert, wenn eine Aktion A in einem bestimmten Zustand, was ja durch den aktuellen sensorischen Input S definiert ist, zu einem bestimmten gegebenen Zeitpunkt T. Das heißt, man hat hier versucht, jetzt ein bisschen alles so zusammenzufassen und zu formalisieren und für die Leute, die hier Interesse haben, die können natürlich das Paper hier auch lesen, ist sehr zu empfehlen. So, aber jetzt zum richtigen oder zum Kern von diesem Kapitel nach dieser Motivation. Wir wissen, dass wir in der Perzeption unterschiedliche Modalitäten haben, wie Bilder, akustische Daten, tektile Daten, Kraftdaten, natürlich Leserscanner, Infrarotkameras und so weiter und so fort. Und wir werden natürlich hier jetzt nicht mit all diesen Modalitäten beschäftigen, sondern wir werden uns in erster Linie mit visueller und tektiler aktiver Perzeption beschäftigen. Und als erstes aktive visuelle Perzeption und warum eigentlich visuelle Perzeption, da brauche ich das hier an der Stelle nicht zu motivieren, weil ich weiß, dass die meisten von euch auch in der Vorlesung Robotik 3 sitzen und wir wollen natürlich Objekte erkennen, zum Beispiel bekannte Objekte. Wir wollen in der Robotik auch Objekte greifen, wie wir gesehen haben und dazu, wenn die Objekte bekannt, teilweise bekannt oder beim Greifen von ähnlichen Objekten brauchen wir ja bestimmte sensorische Informationen und meistens sind das visuelle Daten, mit deren Hilfe wir beispielsweise Objekte oder Merkmale detektieren, Deskriptoren von Merkmalen lernen und dann natürlich Objekte erkennen beziehungsweise auch räumliche Relationen zwischen Objekten, Roboter und Umgebung ableiten können. Das heißt, letztendlich leiten wir interne Repräsentation des Weltzustands, was notwendig ist, um Aktionen zu planen, also wie man das Objekt greift, von welcher Seite soll man das Objekt nähern und so weiter und so fort. Natürlich visuelle Wahrnehmung, nicht nur um etwas über Objekte zu erfahren und diese Objekte zu greifen, sondern um etwas über Aktionen von Menschen beispielsweise zu erfahren, dass wir Trajektorien, Bewegungstrajektorien lernen, dass wir die Aktionen, die ein Mensch beispielsweise ausführt, auch beobachten können, erkennen können, vielleicht auch die Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Ereignissen in menschlichen Demonstrationen, aus denen ein Roboter lernen soll, bestimmen oder berechnen können. Und was ganz wichtig ist natürlich, dass wir hier nicht nur Objekte, die bekannt sind, erkennen, lokalisieren oder Aktionen von Menschen auch erkennen oder neu und lernen und ausführen, vielleicht reproduzieren auf einem Roboter, sondern was ganz wichtig für uns ist, ist diese Entdeckung von neuen Things, also sind ja nicht mal Objekte, also irgendwelche Regionen in einer Szene, wo wir nicht wissen, dass es dort ein Objekt ist, sondern dass es irgendein Teil der Szene ist, eine Entität, ein Thing, ja, und wo wir von diesem Thing zunächst mal eine Repräsentation haben und wir wollen vielleicht mal die Frage beantworten, ob es den Namen Objekt verdient hat, ja, also dieses Objectness, das heißt, wir wollen oder visuelle Wahrnehmung hier ist sehr zentral, um visuelle Repräsentationen von neuen und bekannten Objekten zu lernen. So, das heißt, Erkennung, Lokalisierung, Beobachtung, viel mehr dazu haben wir bereits zum Teil in Robotik 1 gesehen, wir werden auch in Robotik 3 uns mit dem Thema beschäftigen und es gibt hier am KIT eine ganze Menge von weiteren Vorlesungen wie Mustererkennung, inhaltsbasierte Bild- und Videoanalysie oder Computer Vision für Mensch-Maschine-Interaktion oder Schnittstellen, die ich sehr empfehle für die Leute, die sich hier mehr für visuelle Perzeption interessieren. Genau, in diesem Kapitel wollen wir sehen, wie wir tatsächlich mit aktiver Wahrnehmung oder interaktiver Wahrnehmung hier neue Entitäten entdecken können in einer Szene und Repräsentationen von Objekten in einer Szene lernen können. Das heißt, natürlich das Ganze hier anhand von unserem Küchen-Szenario, da sieht man hier jetzt eine ziemlich wilde Szene, also eine sehr unstrukturierte Szene und ein Roboter hier wie der Arma 3, der hat die Aufgabe oder soll eigentlich lernen, wie er mit solchen Objekten in Alltagsumgebungen umgehen können. Das heißt, er muss in der Lage sein, hier mit unbekannten Objekten umzugehen beziehungsweise diese Objekte in diesen komplexen Szenen zu greifen. Das heißt, zunächst mal vielleicht diese Objekte lokalisieren, also erkennen und lokalisieren, greifen und manipulieren und wenn ein Objekt nicht bekannt ist, beziehungsweise wenn der Roboter von einem Objekt noch keine Repräsentation hat in seiner Datenbank, dann soll er tatsächlich interaktiv, autonom eine solche Repräsentation von diesem Objekt lernen. Und das Ziel also das Lernen von visuellen Repräsentationen von unbekannten Objekten, damit man diese Objekte in der Zukunft wieder erkennen kann. Und was ist hierzu notwendig? Natürlich müssen wir jetzt entdecken, was ist überhaupt ein neues Objekt, also ein Objekt, was man noch nicht kennt oder was ein Roboter noch nicht kennt. Für uns Menschen ist es schwierig, wie ich bereits erwähnt habe, unbekannte oder neue Objekte oder beziehungsweise gibt es sowas für uns nicht, Menschen, aber für den Roboter wohl. Also jedes Objekt, von dem der Roboter kein CAD-Modell, keine visuellen Ansichten hat, Griffe hat, ist natürlich für den Roboter nicht bekannt. Und das heißt, zunächst mal gilt es jetzt, diese Objekte oder Entitäten in einer Szene, die nicht bekannt sind, zu entdecken. Wenn wir davon Repräsentationen lernen, also Deskriptoren, die uns zum Beispiel die Erkennung ermöglichen, dann müssen wir diese Objekte vom Hintergrund und vom Rest oder von den Objekten drumherum segmentieren oder trennen und dann natürlich eine Repräsentation lernen für Erkennungsaufgaben. Und wenn man jetzt hier über das Problem ein bisschen nachdenkt aus Bildverarbeitungssicht, wenn die Aufgabe ist, die Entdeckung und Segmentierung von Objekten in solchen komplexen Szenen, dann wird man ganz schnell feststellen, das ist sehr schwierig beziehungsweise unmöglich, dass man hier ein Konzept von einem Objekt in voller Generalität definieren kann, basierend auf visueller Information. Was ist ein Objekt, wenn der Roboter hier keins dieser Objekte hier kennt, der weiß ja nicht, sind das eigentlich zwei Objekte, gehören die zwei hier zusammen, das hier und für uns Menschen ist es natürlich naheliegend, weil wir wissen, das ist eine Banane und das ist Müsli oder das ist Popcorn und dann können wir sofort dieses Schlussfolgern betreiben oder machen, aber für einen Roboter, der kein Wissen hat hier und diese Sachen nicht kennt, ist es natürlich ein sehr schwieriges Problem. Natürlich Discovery und Segmentation von Objekten, wenn ich so die Objekte hier in harmlosen Szenen ja, also so sieht man hier ein quadratisch praktisches Objekt mit sehr guten Merkmalen hier auf einem weißen Hintergrund ja, das ist natürlich hier aus Bildverarbeitung Sicht keine große Herausforderung, aber die Herausforderung ist natürlich hier in solchen Situationen, wenn wir solche komplexen Szenen haben und das kann man, wie ich bereits und hoffe motiviert habe, allein aus visueller Information nicht erreichen, auch wenn man jetzt hier einzelne Bilder hier oder ein einzelnes Bild von der Szene hat, da kann man damit nicht anfangen, da kann man zum Beispiel so Undeutigkeiten in der Szene überhaupt nicht auflösen, ohne dass man mit dieser Szene interagiert, ja, interagiert bedeutet, ja, ich gucke vielleicht von einer anderen Seite, dann kriege ich noch weitere Ansichten und weiß, oh, okay, das ist eine Box hier, ja, das ist ein Korb hier und das hat mit diesem gelben Teil nichts zu tun, der gehört ja zum anderen Objekt oder natürlich, ich kann ja mal in diese Szene mal anschubsen, ja, oder die Konstellation versuchen, die Konstellation von diesen Entitäten in der Szene zu verändern durch sogenannte Schubaktionen, ja, und da sind wir wiederum beim Thema, das heißt, Active Vision oder aktive Wahrnehmung, die Einbindung von Aktionen eines Roboters, um die Perzeption zu verbessern. Und ich will euch hier ein Verfahren, eigene Arbeit, was wir hier entwickelt haben, detailliert beschreiben, wie wir das machen. und am Ende natürlich auf Related Work oder Verwandte Arbeiten in der Literatur eingehen. So, was wir machen, oder was wir lernen werden in dieser Vorlesung ist, wie ein Roboter in der Lage ist, tatsächlich hier irgendwelche Repräsentationen von einem Objekt, was uns interessiert, natürlich, wir machen es jetzt für ein Objekt, aber das kann man sich vorstellen hier, dass man das für alle unbekannten Objekte in der Szene machen kann. Wir nehmen jetzt hier an, dass alle Objekte unbekannt sind, nicht irritieren lassen. Natürlich nutzen wir diese Alltagsobjekte tagtäglich hier in unserer Forschung, aber es ist ja eine ganz einfache Sache, jedes Objekt als unbekanntes für den Roboter zu machen, indem man praktisch diese Informationen von seinem Gedächtnis vom Speicher löscht. Also, das ist nicht so, wie bei uns Menschen, dass man jetzt ein Objekt, was man kennt, unbekannt macht, das ist für uns Menschen natürlich nicht machbar, aber im Falle von einem Roboter hier ist es eine Trivialität. Deshalb nicht wundern und sagen, hey, aber der hat doch die Tasse der Asua gegriffen oder Müslibox die ganze Zeit, der Roboter hat ja endlich mal diese Objekte vielleicht gelernt, aber das ist, hoffe ich, dass das klar und verständlich ist, dass wir hier annehmen, dass der Roboter hier, beziehungsweise das Setup so machen, dass der Roboter hier noch kein Wissen von diesen Objekten hat, obwohl er sie, obwohl er tatsächlich Repräsentationen davon hat, die wir in anderen Richtungen unserer Forschung einsetzen. und was wir machen hier, wir gehen hin und sagen, okay, lass uns mal irgendwelche Hypothesen über initiale Hypothesen über mögliche Objekte in der Szene erzeugen und wenn wir Hypothesen erzeugt haben, das sind noch Hypothesen, die müssen verifiziert werden, um diese Hypothesen, um zum Beispiel zu sehen, ob diese zwei gelben Teilen hier ein Objekt sind und zwei Objekte, ob das wirklich ein Objekt ist oder ob das nicht zufällig zwei Objekte, die so ausgerichtet sind und sehen fast wie ein Objekt aus. Dann könnte man hingehen, lass uns mal eine Push-Aktion hier ausführen und schauen, ob diese zwei Objekte oder zwei Teile oder diese zwei Teile im Bild sich genauso bleiben nach der Ausführung von dieser Aktion. Und die Details werden wir gleich sehen, das heißt, natürlich müssen wir diese initialen Hypothesen und nicht die Objekte, also die initialen Objekthypothesen müssen wir nach dieser Push-Aktion erneut lokalisieren und müssen wir eine Transformation bestimmen, die uns sagt, wie sich diese Merkmale sich verschoben haben im Vergleich zu dem Zustand vor der Ausführung dieser Aktion. Wenn wir keine Bewegung, also wenn sich nichts bewegt in der Szene aufgrund dieser Push-Aktion, dann müssen wir vielleicht neue Objekthypothesen generieren beziehungsweise nehmen wir andere Hypothesen, weil vielleicht ist es ein fester Bereich in der Szene, der sich gar nicht bewegt, also könnte der Fall sein. Wenn das Objekt aber sich bewegt, dann bewegen sich natürlich diese Hypothesen oder diese Merkmale, die wir verwenden, um Hypothesen über Objekte zu generieren und da müssen wir natürlich anhand von diesen Merkmalen verifizieren, ob oder beziehungsweise welche Merkmale sich zusammen bewegt haben, auf welchem Teil der Szene welche Merkmale sich zusammen bewegt haben und natürlich könnte man sich vorstellen, wenn wir diese Sache wiederholen, also weitere Puls ausführen, dass wir diese Hypothesen immer wieder verfeinern beziehungsweise verbessern. Und wir wollen gucken, wie das Ganze hier funktioniert, also generieren von initialen Objekthypothesen, wie macht man das hier in der Szene, man braucht irgendwelche Merkmale, die mehr oder weniger die Entitäten in dieser Szene beschreiben. Und in der Robotik 3 Vorlesung sind wir auch dabei, hier Merkmale, also Feature Extraktion von Merkmalenausbildern und dass es hier natürlich viele Möglichkeiten gibt, Detektoren und Deskriptoren, also wie SIFT Features, SERV und so weiter, Harris-Körner-Detektoren und um diese initialen Objekthypothesen hier zu generieren, nehmen wir Kamerabilder und irgendwelche Heuristiken, also beispielsweise Flächen, Zylinder, Kugel, SIFT Features, Ransik-Algorithmus, mit dem wir irgendwelche Primitiven in der Szene detektieren können und das ist eine Heuristik beziehungsweise Methode, mit denen man hier Hypothesen beziehungsweise Merkmale auf texturierten Objekten ganz gut detektieren beziehungsweise bestimmen kann. Man hat aber in der Szene nicht nur texturierte Objekte, wie wir hier sehen, sondern man hat einfarbige Regionen, also Banane, Birne beziehungsweise Schwamm hier und da könnte man hier beispielsweise MSERs verwenden, werden wir in Robotik 3 auch sehen, wie das hier funktioniert, das heißt, hier hätten wir auch eine Heuristik, mit der wir Regionen oder Hypothesen, mögliche Objekthypothesen in einfarbigen Regionen im Bild bestimmen können. Und wir haben aber auch andere Regionen, die weder einfarbig sind, noch texturiert sind. Also das sind so saliente Regionen, visuell saliente Regionen in der Szene, wo man hier beispielsweise DOG, also Differenz of Gaussian Filter verwenden kann, um diese saliente Regionen in der Szene zu bestimmen. Und natürlich, das ist jetzt nicht ein Kochrezept, man nimmt nur die hier, das sind Heuristiken, mit denen man tatsächlich, gibt es vielleicht sogar bessere, man kann vielleicht sowas auch lernen, welche Features tatsächlich wichtig oder interessant sind, um Objektrepräsentation zu lernen oder um initiale Hypothesen über Objekte in der Szene zu generieren. Aber das sind drei Möglichkeiten, die man hier anwenden kann. So, das heißt, wir generieren diese initialen Hypothesen, das sind keine Greif- Hypothesen übrigens, nicht zu verwechseln mit dem letzten Kapitel, sondern das sind Hypothesen über mögliche Objekte in der Szene, wobei man noch nicht so ganz von einem Objekt reden kann. Also Hypothesen über irgendwelche Entitäten, die eventuell ein Objekt sein können. Und in unserer Arbeit benutzen wir oder in dieser Arbeit, die ich hier gerade präsentiere, benutzen wir den Stereo Matching, um 3D-Position von allen Pixeln der Bilder eines Bildes zu bekommen. Also diese 3D-Information der Pixel, also Abstand Information hier der Objekte hier über Stereo Vision. Natürlich kann man RGBD, also Tiefenkameras hier verwenden, kriegt man natürlich diese 3D-Position der Pixel in Bilder fast gratis. Diese Hypothesen, wie man hier sieht, die sind jetzt unterschiedlich farbig markiert. Das ist hier die Szene und die Szene ist, wie man sieht, hier auch wild. Das heißt, der Hintergrund ist auch nicht so homogen, sondern auch texturiert. Um das Leben für den Roboter noch schwieriger zu machen, nein, um die Algorithmen natürlich auf Robustheit zu testen. Und da sieht man hier, da werden ja irgendwelche Hypothesen generiert, die sind unterschiedlich gefärbt. Hier auch der Hintergrund, natürlich diese Merkmale hier, die sind ja auch mögliche Hypothesen. Aber wir wissen nicht, ist das ein Objekt, das ist ja nur ein Teil der Decke von dem Tisch hier, aber natürlich der Algorithmus weiß das noch nicht. So, und diese Hypothesen sind zunächst mal der Ausgangspunkt für unsere Push-Aktionen. Nicht vergessen, wir machen kein Computer Vision hier, sondern wir machen Active Perception. Das heißt, wir müssen basierend auf dieser visuellen Information jetzt hier mögliche Push-Aktionen, Schubs-Aktionen für den Roboter erzeugen, damit wir sicherstellen, ob tatsächlich dieser Bereich beispielsweise hier ein Objekt ist oder zum Hintergrund gehört. Oder dass wir feststellen, das ist hier eine Keksbox und wir nennen sie nachher Keksbox. So, wir filtern, man sieht, man kriegt hier natürlich viele Hypothesen und was wir machen hier, wir filtern diese Hypothesen, die tiefer sind als einen bestimmten Schwellwert und somit verschwinden alle Hypothesen, die von der Decke kommen. Man sieht hier, nur die Hypothesen, die höher als zum Beispiel die Höhe von dieser Keksbox oder von einem bestimmten Schwellwert hier werden selektiert oder bleiben erhalten nach dieser Filteroperation. Also, wir schmeißen die anderen raus, in einfachen Worten. Und dann natürlich nicht alle, wir wollen ja Aktionen ausführen, und zwar Aktionen mit dem Roboter, nicht alle Hypothesen oder nicht alle Feature-Konstellationen oder Merkmalkonstellationen sind erreichbar von dem Roboter. Der Roboter kommt beispielsweise mit seinem Arm nicht zu den Merkmalen oder zu diesem Bereich hier, sodass er eine Push-Aktion an der Stelle hier ausführt. Das heißt, solche nicht erreichbaren Hypothesen, die werden auch gefiltert. So, und dann geht es weiter. Also, wir verwenden jetzt hier unser Beispiel zurück hier alle drei Heuristiken und dann kriegen wir eine ganze Menge von Hypothesen und wir durch diese Filterung, was ich gerade erklärt habe, bleiben dann nur sogenannte Pushable Hypothesen übrig. Also, nur Hypothesen, mit denen der Roboter tatsächlich durch Push-Aktionen interagieren kann. So, wir verwenden zusätzliche Informationen und zwar natürlich, damit man jetzt den Suchraum einschränkt und vielleicht auch die Rechenzeit oder die notwendigen Rechenressourcen auch oder entsprechend den zur Verfügung stehenden Rechenressourcen hier nur so viele Hypothesen wie realistisch, sage ich mal so. Also, wenn ich eine Million Hypothesen habe und ich kann nur 100 davon berechnen auf meinem Roboter oder auf den Rechner in meinem Roboter, dann macht es keinen Sinn. Deshalb nehmen wir hier und sagen, okay, weitere Einschränkungen beziehungsweise zusätzliche Kriterien. Die Imageregion, wo die Hypothesen sind, soll ja zu einem zu einem Höhenteil in der Szene sein. Und das ist natürlich warum wir auch die 3D-Information benötigen. Wir berechnen also den Abstand zu den lokalen Maxima in der Szene oder in einem Ausschnitt der Szene basierend auf die 3D-Punktwolke, die wir entweder von Stereo oder von einem tiefen Sensor bekommen. In der Arbeit hier war das von Stereo, aber das ist allgemein gültig und kann man auch das Gleiche machen natürlich mit RGBD-Bildern oder Daten. So, wenn man das hier macht, wie ich bereits erwähnt habe, dann sieht man hier von diesen vielen Hypothesen bleiben nur ein paar übrig. Und jetzt wählen wir natürlich eins und wo wir eine Push-Aktion mal ausführen, damit wir sehen, gehören eigentlich diese Hypothesen hier, diese schwarzen beispielsweise und die schwarzen hier, weil das sind ja Hypothesen, die vielleicht vom gleichen Heuristik generiert wurden zum gleichen Objekt oder sind sie auf zwei unterschiedliche Objekte beziehungsweise diese blauen Hypothesen, die durch eine andere Heuristik entstanden sind oder Merkmale und die schwarzen hier, sind sie auf dem gleichen Objekt oder nicht. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wo man sagt, okay, lass uns mal pushen in der Szene. Aber die ganz entscheidende Frage oder eine ganz wichtige Frage, die man hier auch beantworten muss, naja, welche eigentlich Hypothesen ist für mich jetzt oder für den Roboter am interessantesten? Oder wo soll der Roboter eigentlich jetzt pushen? Soll er hier pushen? Soll er hier pushen? Soll er hier pushen? Oder hier pushen? Oder wo? Das ist natürlich keine triviale Aufgabe und da gibt es ja hier viel Optimierungspotenzial. Natürlich könnte man sagen, ja, die Regionen, die am interessantesten sind, vielleicht wo man am meisten solche Merkmale, die beieinander liegen, hat, oder Regionen, die sehr nah sind, wo die Ausführung von der Aktion am einfachsten ist, oder Regionen, die natürlich am höchsten sind in der Szene. Da gibt es, wie ich bereits erwähnt habe, unterschiedliche Vorgehensweise und Möglichkeiten, die man hier einsetzen kann. Wie wir es hier machen, wir bewegen das Objekt, also durch eine Push-Aktion wird das Objekt hier bewegt. Man sieht hier den Arma 3, wie er die Objekte schiebt und natürlich ist ein humanoider Roboter, das heißt, man kann von links und rechts schieben. Das ist ganz wichtig, dass man natürlich auch diese Strategien für die Schiebeaktion, die sind gar nicht trivial, die sind hier definiert in dem Beispiel, was wir hier sehen, aber beachten zwei wichtige Sachen, einmal, dass die visuelle das visuelle Erscheinungsbild sich nicht zu stark ändert, weil da kann man die Merkmale, die man detektiert hat, nicht wiederfinden wahrscheinlich und zum Zweiten natürlich das Objekt so schieben, dass er im Blickfeld des Roboters bleibt und vielleicht frontal vor dem Roboter bleibt. Wenn man das hier gemacht hat, hat man natürlich nicht so die Szenen, wo das Objekt isoliert ist. Die Motivation war, dass wir komplexe Szenen haben, unstrukturierte Szenen und da kann natürlich durchaus passieren, dass man bei der Ausführung von diesen Aktionen Kollisionen mit anderen Objekten in der Szene erfolgen und diese Kollisionen will man ja hier vermeiden und da gibt es hier auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man tatsächlich zum Ziel, zur Zielregion, ich sage noch nicht Objekt, weil das ist nach wie vor eine Hypothesis, zum Zielregion kommt, ohne zu viel in der Szene zu verändern. Man nutzt zum Beispiel hier bei einem Roboter den Kraftmomentensensor, kann man auch Kontakt mit dem Objekt, wie man vorher gesehen hat, detektieren und das Objekt gleiten lassen und nicht pushen, nicht anschubsen. Das sind natürlich auch Techniken und Strategien, die man hier anwenden kann, um diese Schiebeaktionen realisieren zu können. So, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben mit diesen Heuristiken initiale Objekt Hypothesen generiert und wir haben diese Push Aktionen ausgeführt. Und man hat gesehen, da gibt es noch unglaublich viele Sachen zu beantworten, zum Beispiel, wo pusht man eigentlich, was ist die Region, die am interessantesten ist, wie kann man diese Push Aktionen optimieren, wie kann man die Push Aktionen so gestalten, dass sie tatsächlich zu einer Maximierung von Informationsgewinn führen. Momentan hier, was wir gesehen haben, ist einfach eine vorgegebene Push Aktion, die immer das Objekt im Zentrum des Blickfelds behält und keine zu großen visuellen Änderungen in der Szene zufolge haben. So, was müssen wir jetzt machen? Wenn wir natürlich diese Aktion ausführen, dann ändert sich die Szene, wenn wir diese Push Aktion ausführen, dann ändert sich die Szene lokalisieren, also relocalize und wir müssen die Transformation oder wir bestimmen die Transformation zwischen diesen Merkmalen im alten Bild und im neuen Bild und ihr könnt es wahrscheinlich jetzt ahnen, dass solche Merkmale bei denen diese Transformation immer gleich bleibt, eigentlich zum gleichen Objekt gehören. Natürlich nehmen wir an, dass wir hier rigide Objekte haben und keine deformierbaren Objekte und deshalb wenn die Relationen zwischen Merkmalen im Bild vor der Push Aktion so waren und die bleiben gleich nach der Push Aktion dann mit großer Wahrscheinlichkeit sind diese Merkmale auf dem gleichen Objekt. Genau, das heißt wir gucken jetzt wie diese Relokalisierung und diese Bestimmung der Transformation hier erfolgt bevor wir natürlich mit den weiteren Schritten weitermachen. So, das habe ich erwähnt. Bei texturierten Objekten wie können wir diese Relokalisierung machen? Bei texturierten Objekten ist es ziemlich einfach, das ist ein Matching der Sift Features haben wir für texturierte Objekte gemacht. Allgemeiner wenn man mit RGBD-Daten arbeitet über ein komplettes Matching von den Punktwolken kann man das auch erreichen. Für jede Hypothesie wie schätzen die Bewegung? Das heißt, wenn tatsächlich diese Hypothesie sich nicht bewegt hat durch diese Push-Aktion, dann ignorieren wir das. Wenn diese Hypothesie oder diese Merkmale auch in dieser Region sich bewegt haben durch diese Push-Aktion, dann aha, dann haben wir so etwas wie Object nennen könnten. Das heißt, die Bereitschaft zur Existenz von einem Objekt mehr oder weniger, wenn man das so formulieren darf, ist gegeben oder ist verifiziert. So, und wenn dieses Objekt, also wenn diese Hypothesen verifiziert sind, dann kann man natürlich jetzt anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, das Objekt vom Hintergrund oder von den anderen Objekten drumherum zu segmentieren, um einen visuellen Deskriptor zu lernen, also um einen visuellen Deskriptor zu lernen, was uns erlaubt, dieses Objekt wiederzuerkennen, wenn wir es ein zweites Mal sehen. So, das heißt, was ganz wichtig ist, natürlich diese Schätzung der Bewegung und was wir, also Bewegungsschätzung, wir prufen alle Hypothesen von alle Hypothesen im Bereich der Szene, die sich verändert haben, durch die Push-Aktion, da sieht man ja hier Beispiele, für uns ist eigentlich schwierig festzustellen, was hat sich verändert hier durch diese Push-Aktion und da sieht man hier, dass diese Keksbox, die ist nicht mehr hier an der Ecke, sondern die ist mehr verschoben in die Mitte, das heißt, es haben sich natürlich nicht alle Regionen in der Szene bewegt, sondern in dieser Region haben sich die großen Änderungen ereignet und deshalb konzentrieren wir uns auf solche Hypothesen im Bereich der Szene, die sich durch die Push-Aktion verändert haben. So, und was wir hier machen, diese Hypothesen, wie ich bereits erwähnt habe, die sind beschrieben durch 3D-Punktwolken, ja, also oder RGBD-Daten, sollte jetzt kein Widerspruch, das ist nur die Unterscheidung, wie ich bereits erwähnt habe, dass die 3D-Information in unserem ursprünglichen Verfahren aus StereoVision kommt, aber man kann natürlich das Ganze mit RGBD-Data machen. Und das heißt, diese Reliqualisierung von den Hypothesen erfolgt jetzt im Allgemeinen über so ein Matching von zwei Punktwolken und für dieses Matching wissen wir aus Robotik 1, dass wir das ganz gut machen mit dem Iterative Closest Point Algorithmus, also ICP, wo wir speziell hier Distanz im cartesischen und im Farbraum verwenden. Das heißt, wir starten hier den ICP an der alten Position und das ist hier nochmal was wie ein ICP funktioniert, das heißt, wir haben zwei Punktwolken, die ein bisschen überlappt sind, ja, dass es auch überlappt sein müssen, damit überhaupt der Algorithmus konfigiert und deshalb auch nur Bereiche in der Szene, die sich verändert haben und natürlich nicht so stark diese Push-Aktionen ausführen, dass die Objekte immer im Blickfeld des Roboters bleiben und wir berechnen diese Transformation zwischen der Objekt Transformation T, also sowohl Position als auch Orientierungsänderung zwischen der alten Punktwolke, also die Szenenrepräsentation vor der Push-Aktion und Szenenrepräsentation nach der Push-Aktion und wir iterieren so lange, bis das Ganze hier konfigiert, wie wir das wissen von dem ICP-Algorithmus jetzt hier, das Matching von diesem Hasen und das müssen wir natürlich machen hier für unsere Objekte, unsere Objekte sind nicht alle so groß, das heißt, der ICP hat hier Probleme, wenn man zum Beispiel ganz kleine Objekte in komplexen Szenen hat, die Objekte, die sind auch verdeckt, das heißt, da können hier Probleme auftreten, 3D Forminformationen kann auch nicht eindeutig sein, man hat viele Flächen beispielsweise in den meisten Szenen und was wir hier verwenden, wie ich bereits erwähnt habe, um mit diesen Problemen umgehen zu können, wir verwenden eine gewichtete kartesische und Farbdistanz im ersten Schritt von dem ICP-Algorithmus, um alle diese Formen Nicht-Eindeutigkeiten zu eliminieren und das gibt uns mehr zuverlässige Punkt Korrespondenzen zwischen den zwei Szenen. Und was machen wir, wie machen wir das? Das heißt, wir haben jetzt, oder was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben jetzt die Hypothesen in den veränderten Bereichen des Bildes geprüft. Wir starten den ICP und schauen, haben wir einen guten Match? Ja, also gut Match bedeutet, Übereinstimmung bedeutet, dass wir einen kleinen Min-Kartesian und Color Distanz von den RGB Punkt Korrespondenzen und wenn wir einen sehr guten Match haben, aber keine Bewegung, dann ist es eigentlich keine interessante Hypothesie für uns. Hat sich nicht bewegt, das heißt, wir gewinnen eigentlich nichts, ist so und so geblieben, deshalb wird diese Hypothesie ignoriert. Wenn wir aber einen schlechten Match haben, also keine gute Stimmung hier im Sinne von Min-Distanz, im Karthesischen und im Farbraum, wenn wir eine schlechte Übereinstimmung haben, aber eine signifikante Bewegung, dann starten wir den ICP an unterschiedlichen Positionen und wir machen es zum Beispiel an 10 bis 50 unterschiedlichen Positionen, dass wir den ICP starten, hängt natürlich davon ab, wie viele Regionen im Bild ähnliche Farbe im Sinne von diesem Farbdistanz Kriterium oder Metrik haben. Genau, das heißt, wir initiieren den ICP hier in unterschiedlichen Regionen, also hier in unseren Experimenten 10 bis 50 unterschiedliche Regionen, die ähnliche Farbhistogramme mit der Hypothese haben, also die ein Farbhistogramm haben, was ähnlich ist zu dem der Hypothese. So, und wir akzeptieren Objekthypothesen, wenn wir natürlich eine gute Übereinstimmung haben, wenn wir signifikante Bewegung festgestellt haben und wenn das alles in Regionen im Bild passiert oder detektiert oder erfolgt, wo Veränderungen sich ergeben haben, also in Regionen, die sich verändert haben durch die BUSH-Aktion. So, wo sind wir jetzt? Also, das heißt, wir haben die Hypothesen wieder lokalisiert und wie ich bereits erwähnt habe, müssen wir natürlich diese Transformation mit dem ICP bestimmen und Hypothesen, für die diese Transformation in etwa konstant ist, die sind Kandidaten davor, dass sie auf dem gleichen starren Objekt liegen. So, das heißt, wenn wir hier keine Bewegung, haben wir gesagt, wir ignorieren die Hypothesen und wir gehen nochmal, wir generieren neue Objekthypothesen oder wir versuchen es mit einer anderen Objekthypothesen, die wir schon haben, wenn aber das Objekt sich bewegt hat und wir diese Transformation bestimmen haben, dann müssen wir diesen Bereich, beziehungsweise diese Hypothesen noch verifizieren beziehungsweise verbessern und wie können wir das machen? Wir brauchen mehr Information und diese mehr Information kriegen wir, indem wir nochmal pushen, indem wir nochmal pushen oder indem wir natürlich nochmal gucken, von einer anderen Richtung gucken. Das ist wie gesagt alles das Gleiche, aber wir fokussieren uns jetzt hier in dem Beispiel auf das Boxen, auf das Anschubsen oder Pushen von Objekten. Genau, man kann hier so Korrekturen beziehungsweise Erweiterungen von den Hypothesen machen, zum Beispiel Punkte, die nicht mit der gesamten Bewegung hier irgendwie passen, die kann man ignorieren oder eliminieren oder Punkte, die in unveränderlichen Bereichen im Bild liegen, die kann man natürlich auch hier auch ignorieren oder discarden. Das heißt hier, was bedeutet das? Das bedeutet, ein Punkt von der initialen Hypothesen hat keine gute Übereinstimmung im Sinne von Farb und Distanz Metrik und und keine gute Übereinstimmung mit der Punktwolke nach der Transformation beziehungsweise nach dem Pushen von dieser Aktion und was man hier machen kann, natürlich die Kandidatpunkte, die in einer veränderten Region und sehr nah zu der Hypothesen sind, die kann man natürlich jetzt hinzufügen beziehungsweise wie ich bereits erwähnt habe, diese Hypothesen oder anschließend diese Hypothesen über mehrere oder mithilfe von mehreren Aktionen, Push-Aktionen hier verbessern. Da sieht man hier zwei, drei Pushes, das ist das gleiche Beispiel, was wir gesehen haben mit dem Keks, fängt man hier an, das sind irgendwelche Hypothesen, die man gemacht hat, man sieht hier nach drei, nach zwei Pushes, nach zwei Aktionen hier, hat man fast eine komplette Segmentierung von diesem Objekt. Man weiß, diese liegen immer auf diesem Keksbox und man kann sogar hier mithilfe von diesen Merkmalen, die man hier extrahiert hat, verwendet hat, relokalisiert hat, einen sogenannten Multi-Ansicht Deskriptor von dem Objekt lernen. Multi-Ansicht, weil jedes Mal natürlich haben wir eine andere Sicht auf dem Objekt und das macht natürlich die Erkennung von Objekten aus unterschiedlichen Orientierungen robuster. So, nun gucken wir uns mal ein Beispiel, das ist unsere Szene, ja, und das ist der Arma 3 in der Küche und wir werden hier in dem Beispiel immer die externe Sicht hier von dem Roboter, also die externe Sicht auf die Szene sehen und wir sehen hier, was der Roboter mit der linken Kamera sieht, ja, das sind immer hier auf der rechten Seite Bilder von der linken Kamera vom Kopf, ja, und wir haben natürlich bei Arma 3 zwei Kameras pro Auge, ja, das heißt, zwei Stereo-Kamera-Systeme ein Perspektives und eines Foviales, also weitwinkeliges und schmalwinkeliges und nicht in dieser Arbeit, aber in anderen Arbeiten nutzen wir die perspektivische Kameras zum Beispiel, um diese initialen Hypothesen zu generieren und dann die fovialen Kameras, wo wir dann im Zentrum des Blickfeldes Hypothesen validieren, ja, weil da hat man natürlich eine bessere Auflösung, das ist auch eine der Motivationen für uns, warum wir, also diese Methoden der aktiven Wahrnehmung oder ActiveVision war eine Grundmotivation für uns auch, dass wir zwei Kameras pro Auge in dem Kopf von Arma 3 hier realisieren und dass sogar die Kameras auch unabhängig voneinander bewegt werden können, um zerkadische Blickrichtungsänderungen zu machen durch zerkadische Augenbewegungen, um zum Beispiel hier die visuelle Suche nach Objekten beziehungsweise das Lernen von visuellen Objektrepräsentationen, wie wir das hier beschreiben, zu ermöglichen. So, aber zurück zum Beispiel, das ist die Szene, das ist das linke Kamerabild und das sind die Hypothesen, die wir kriegen, initiale Objekthypothesen und jetzt der Push, der geplant ist, ist hier, das ist gegeben. Ja, das heißt, diese Region interessiert uns und ich habe bereits erwähnt, da kann man hier eine ganze Menge noch forschen und arbeiten, was ist eigentlich der next best Push, um mehr über diese Szene zu erfahren, um den Informationsgehalt über diese Szene zu maximieren, aber in dem Fall nehmen wir an, diese Hypothesen, der Bereich hier interessiert uns und dann gehen wir hin zu diesem Bereich und führen wir diese Aktion aus, diese Push Aktion. Ja, und man sieht hier, die Kekse, die haben sich ein bisschen bewegt, ja, der Roboter kennt nichts davon, aber wir sehen hier, der Popcorn ist hier sichtbar und die Kekse haben sich bewegt. Und was bedeutet das? Das ist das Bild vorher, das ist das Bild nachher und da sieht man eigentlich, was vorher und davor war. Und wie ich bereits erwähnt habe, wir konzentrieren uns nur auf die Regionen jetzt im Bild, die sich während dieser Ausführung oder durch diese Aktion verändert haben. Und da sieht man hier, das sind diese Regionen und da waren hier natürlich irgendwelche Hypothesen, ja, also das sind hier diese Kreuze hier oder diese Pluszeichen hier und diese Hypothesen, die müssen wir natürlich lokalisieren und wiederfinden und validieren und man sieht hier, die Kreuze hier, die sind tatsächlich confirmed, also validierte Hypothesen, die vorher da waren, die vorher vor der Push-Aktion detektiert wurden und nach der Push-Aktion detektiert wurden. Aber man sieht natürlich durch diese Push-Aktion kommen auch neue Hypothesen dazu, also das sind diese Punkte hier, also man sieht hier auch hier blau, das sind ein paar validierte Hypothesen, ja, und das sind neue, die dazu gekommen sind, in dieser Region, wo sich was in der Szene verändert hat. Und das ist natürlich auch eine intelligente Art und Weise der Verarbeitung von Daten, weil warum muss ich so dumm das ganze Bild eigentlich betrachten, wenn ich weiß, nur diese Teile haben sich verändert. Eigentlich Änderung ist zentral auch, Änderung ist zentral für Intelligenz, ja, also die Fähigkeit, Änderung zu detektieren, ist eins der großen Herausforderungen von, beziehungsweise eine Fähigkeit, die ein intelligentes System überhaupt haben muss, damit man den intelligent nennen kann. Aber wie man sieht hier, wir haben Hypothesen, die validiert sind und neue kommen dazu und jetzt das reicht uns noch nicht, da haben wir jetzt noch nicht eine komplette Repräsentation, die uns vielleicht erlaubt, das Objekt so gut wieder zu erkennen, deshalb nochmal eine Push-Aktion und da sieht man hier die Szene davor und nach dem Push, wir haben jetzt von der anderen Seite geschoben, das heißt das Objekt hat sich nach links hier bewegt und da sehen wir hier wiederum was hat sich verändert in der Szene natürlich diese Push-Aktion haben sich andere, der Roboter hat auch andere Objekte bewegt oder berührt und deshalb haben sich Änderungen hier und da und ergeben, weil die Objekte nacheinander sind und Kontakt zueinander haben und durch die Bewegung des Roboter haben sich auch Objekte am anderen Ende der Welt bewegt und nochmal hier, wir haben hier bestätigte oder validierte Punkte, die sind mehr wie man sieht hier und neue sind auch dazu gekommen und natürlich das gilt natürlich in den anderen Bereichen die sich verändert haben hier durch diese Aktion aber dargestellt hier nur dieser Bereich der uns interessiert ja also wir wollen diese Kekse essen ja und deshalb schauen wir dass wir dass der Roboter hier diese Box greift und diese Box uns übergibt und und wenn man hier weiter macht dann sieht man hier sieht man hier was passiert nach mehreren also nach drei oder vier Push-Aktionen am Ende hat man eine sehr genaue Segmentierung von dem Objekt hier in der Szene so dass man eigentlich mit dieser Segmentierung fast hingehen könnte und jetzt versuchen kann das Objekt zu greifen weil wir haben ja wir haben ja schon viel Informationen eigentlich über das Objekt auch 3D Informationen wo wir irgendwelche Greifhypothesen generieren können oder wo wir irgendwelche Primitiven jetzt in diesem Bereich fitten können und Methoden des Greifens von ähnlichen Objekten beispielsweise einsetzen oder irgendwelche Strategien zum Greifen von unbekannten Objekten wo wir lernen wo wir so ja Feature greifen wo wir ein Modell lernen was bestimmte Features jetzt in der Szene hier mit Griffen assoziiert wie wir im letzten Kapitel kennengelernt haben so das heißt aber auf diese Art und Weise haben wir jetzt mehrere Ansichten von diesem Objekt und diese Ansichten können wir nutzen natürlich um die Objekte zu erkennen da sieht man hier die Segmentierungsergebnisse ein paar Evaluierungen hier das ist die Segmentierungsgenauigkeit man sieht hier nach drei oder vier Push-Aktionen dass diese Segmentierungsrate oder Genauigkeit auf über 95% geht natürlich hat man immer False Positives hier aber nicht so nicht so groß also unter unter 10% wie man hier sieht und aus diesen Hypothesen beziehungsweise Merkmalen die wir extrahieren kann man einen Deskriptor lernen also einen Deskriptor der natürlich diese Merkmale beschreibt und den man verwendet um Objekte zu erkennen und da sieht man hier die Erkennungsraten wenn man auf die Szene oder auf dem Objekt von einer ähnlichen Blickrichtung guckt liegt bei über 98% wenn man natürlich von unterschiedlichen Ansichten auf dem Objekt guckt dann ein bisschen weniger bei 70% natürlich wenn die Objekte teilweise verdeckt sind dann ist die Erkennungsrate auch nicht so hoch wie die Erkennungsrate aus einer ähnlichen Sicht wie die Sicht die man verwendet hat zum Lernen von diesem Deskriptor also die Sicht des Roboters auf der Szene wenn er diese Push-Aktion ausgeführt hat und das ist natürlich ein sehr sehr ermutigend also sehr vielversprechend um Objektrepräsentationen auf eine autonome eigentlich Art und Weise lernen zu können das heißt nicht dass wir jetzt hier diese Modelle von den Objekten im Voraus scannen müssen und dann der Roboter soll sie wieder erkennen wenn wir neue Objekte haben kann der Roboter automatisch oder autonom diese Repräsentationen durch diese Interaktion mit den Objekten machen und diese Interaktion gerade zum Lernen von diesen Objekten das muss man nicht der Roboter selber machen sondern das kann der Mensch eigentlich der Mensch kann diese Push-Aktionen oder Rotier-Aktionen oder Veränderungen in der Szene machen und der Roboter generiert diese Hypothesen und schaut ob sie zusammenpassen und lernt aus mehreren Ansichten Deskriptoren die für die Erkennung notwendig sind das heißt auch der Mensch kann hier helfen wenn der Roboter es beispielsweise nicht schafft die Objekte selber zu pushen so wir werden im nächsten Teil von diesem Kapitel natürlich auch die wichtige Komponente der aktiven Wahrnehmung und zwar die haptische Exploration behandeln aber hier sieht man wie diese Methode die ich gerade erwähnt oder erklärt habe kombiniert wird mit haptischer Wahrnehmung um Objekte zu greifen das Prinzip ist euch bekannt das haben wir jetzt kennengelernt das könnt ihr alles implementieren der Code sollte verfügbar sein aber wenn jemand Interesse hat nee ich glaube es ist nicht verfügbar aber wenn jemand Interesse hat der soll uns kontaktieren kriegt das das sind die Hubotesen hier die generiert werden das ist das Objekt was uns interessiert also diese Zwiebackbox hier und da sieht man den AMA 3B hier der führt jetzt diese Push-Aktion nach der nach der ersten nach der ersten Push-Aktion haben wir ein paar Kreuze bekommen und wie man sieht weitere Hubotesen sind auch dazugekommen dann dann von der nächsten Seite haben wir hier ich springe ein bisschen rum mit dem in dem Video aber ich glaube das sieht man das ist nach der nach der nächsten Push-Aktion sieht man hier dass wir mehr Merkmale haben die auch validiert sind und wenn man jetzt hier weitermacht nach der dritten Push-Aktion hat man oder nach der zweiten Push-Aktion war das Objekt eigentlich gut segmentierbar wie man sieht aber diese Hypothesen waren nicht erreichbar für den anderen Arm um das Objekt hier zu greifen in diesem Beispiel deshalb die dritte Aktion um diese Hypothesen oder dieses Objekt hier in den Erreichbarkeitsbereich vom rechten Arm zu bringen um es dann tatsächlich zu greifen weil wie ich bereits habe diese Segmentierung die ist jetzt perfekt um das Objekt zu greifen und da sieht man hier der Roboter generiert eine initiale Greif Hypothesen und korrigiert so ein bisschen basierend auf haptischer Informationen in den Fingern um das Objekt hier zu greifen das heißt es geht nicht nur darum jetzt hier Objekt Repräsentationen zu lernen mit denen man oder mit deren Hilfe man Objekte erkennen kann sondern für uns hier geht in erster Linie um das Greifen und wie wir hier gesehen haben wir fangen bei Null an also überhaupt kein Objekt wissen und mit Hilfe von diesen Merkmalen die man extrahiert basierend auf Standard Heuristiken kann man hier und ein paar Push Aktionen man hat gesehen zwei bis drei Push Aktionen reichen immer aus um eine Gute um eine für das Greifen oder für einen initialen Greif Versuch Gute Segmentierung und gute Griffhypothesen berechnen zu können das Ganze könnt ihr lesen das letzte Paper hier zu dem Thema was ich gerade heute erwähnt habe haben wir 2014 hier publiziert die Methoden die werden bei uns in unterschiedlichem Kontext momentan eingesetzt zum Beispiel zum Greifen von Steinen die die gleiche Farbe haben die gleiche Form in komplexen Umgebungen da können wir auch Beispiele hier zeigen aber angefangen haben wir hier 2011 wie man sieht hier auf dem Gebiet zu forschen und ein unglaublich spannendes Gebiet und spannendes Thema was tatsächlich Robotern erlaubt automatisch Wissen oder autonom Wissen über Objekte und Szenen zu lernen insbesondere natürlich um diese Objekte zu greifen so es gibt andere Leute die sich mit dem Thema beschäftigt haben und das sieht man hier von 2003 zum Beispiel Giorgio Meta wo sie auch hier mithilfe von Aktionen mithilfe von Optical Flow in den Bildern hier Objekte oder Objectness detektieren könnten also wo mögliche Objekte in einer Szene sind Änderung zum Beispiel von der Ausbreitung der Bewegung dort wo die Hand sich mit dem Objekt kollidiert ist ein Indiz davor dass es dort ein Objekt gibt und diese Arbeiten die kommen immer aus der kognitiven Robotik also wo man wo tatsächlich Roboter hier durch Interaktion und Exploration der Umgebung Wissen generieren und akquirieren sollen um Aktionen zu planen um über Konsequenzen von Aktionen zu Reasoning machen zu können So Andere Gruppen beschäftigen sich auch hier mit dem Thema und zwar nicht nur um Objekte jetzt oder Repräsentation von Objekten zu lernen oder Objekte zu greifen sondern um die kinematische Struktur von artikulierten Objekten zu explorieren Man sieht hier irgendwelche das sind Zift Features die hier verwendet werden das ist ein 2D artikuliertes Objekt wie man hier sieht und wenn man jetzt hier eine Push-Aktion mal ausführt dann wird man sehen wie bestimmte Features oder Merkmale relativ zueinander bewegt haben und kann man darauf kann man daraus Schlussfolgern dass hier ein Gelenk sein muss beziehungsweise dass es hier ein Gelenk sein muss und das tatsächlich so vom Bottom-Up also vom Scratch zu lernen ist natürlich eine große Herausforderung aber die Prinzipien die wir gerade hier gesehen haben man kann natürlich hier anschubsen man kann hier anschubsen lass mich gucken gibt es hier ein Gelenk man schubst hier vielleicht aber es bewegen sich die blauen und die schwarzen gemeinsam das heißt da gibt es hier kein Gelenk aber hier ein Gelenk vielleicht gibt es hier ein translatorisches Gelenk also wenn man in die Richtung hier schiebt dann verändern sich die Relationen der blauen und schwarzen Merkmale zueinander und könnte man daraus schließen dass dort eine translatorische Achse oder ein translatorisches Gelenk es gibt weitere Arbeiten die natürlich wie ich bereits erwähnt habe wie kann man diesen Next Best Push berechnen und da gibt es hier Arbeiten die mit probabilistischer Segmentierung der Szene beschäftigen um zum Beispiel tatsächlich auch die Next Push Action zu bestimmen die zu einer Maximierung der Information über die Szene führt es gibt auch hier Arbeiten wie man wie man sieht für das autonome Scannen von einer kompletten Szene und einer Rekonstruktion der Szene also komplette Szenenanalyse nicht nur einzelne Objekte und die Idee ist das gleiche also da sieht man hier der Roboter der bewegt jetzt hier mit diesem zusätzlichen Stab im Greifer hier die Objekte und da sieht man hier die Objektansichten und natürlich was ist das Next Best View also die Next Best Blickrichtung die vielleicht die Information über das Objekt maximiert wenn man an vollständigen Modellen hier interessiert ist dann ist natürlich immer die Rückseite von dem Objekt die am interessantesten ist und wo man am wenigsten weiß und wo man vielleicht das Wissen hier komplementieren oder vervollständigen will beziehungsweise auch wir auch arbeiten die visuelle Information nutzen um zum Beispiel Gelenke auch zu detektieren in einer Szene also dass man weiß tatsächlich dass dieser Schrank hier eine Achse hier und der wird sich so öffnen indem man eine Aktion hier drauf ausführt und viel mehr dazu ein hoch spannendes Thema man könnte fast eine komplette eigene Vorlesung zu dem Thema hier machen wir wir haben wir haben hier bei uns aufgeteilt also einmal hier diese Interactive Perception in der Robotics 2 Vorlesung in der Robotics 3 Vorlesung werden wir uns speziell mit dem Thema Active Vision beschäftigen und zwar zum Beispiel Augenbewegungen um letztendlich natürlich auch mehr über die Welt oder über die Szene zu erfahren durch explorative Axion so das sind viel mehr Arbeiten dazu für die Leute die hier Interesse haben das sind hier hochinteressante Publikationen die sich mit dem Thema der Verwendung von Axionen um die Perception eines Roboters zu verbessern so ich sehe die Zeit ist um deshalb hören wir heute auf und wir machen das nächste Mal mit dem nächsten spannenden Thema der aktiven Wahrnehmung und zwar das ist die haptische Exploration für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer eine wunderbare Woche danke